was ich mal sagen also ich kann ja scarabs also ак Teraz könnte locker in die garage bassen sage ich mal ja Fuck, was zur Hölle Haben die sich jetzt hier wieder ausgedacht Es ist noch irgendwelche kranken Ingenieure bei der Allianz Und Jill, die immer Riesige Scheiße bauen Alter Vater Kommt mal Freunde, rückt mal ab Ah, da seid ihr ja schon Oh Gott, das Ding ist Alter, fuck Krass Kraken Muss ich immer an Bruder Griebig denken So release the Kraken Release the Kraken So Okay Da oben steht auch nicht Da zum fancy Geschütz oder was Dieses Pronezien-Geschütz Nein, da ist noch einer Egal Oh, das ist noch einer Wir brauchen nur Munition Wie schnell die sich hin... Bleib mal ruhig hier Mein Gott, nochmal. Okay, nice Light Driver. Oh, hier kann man Spaten-Charge. Gibt es hier nur einen kleinen Weg oder gibt es hier irgendwas? Oh, eine Scatter-Charge, sehr cool. Ich bin aber das letzte Mal gar nicht aufgeführt. So. Oh Gott, dieser Crap. Den haben wir auch. Wir target mal den da links. Äh, da rechts, dann gehe ich hier links. Das ist set der Plan. Wir müssen hier mal ein bisschen Tactics reinmachen. Okay. Oh Gott, One-Shot. In Deku bleiben. Oh Gott. Fuck, nicht so weit vorhin, nein. Fuck, fuck, nein. Fuck, geh, weg von mir. Oh Gott, Scheiße. Diese Forerunner. Die haben echt ein bisschen dazugelernt. Und warum waren die Soldiers nicht auf Requiem? Das ist die große Frage. Ah, fuck. Na, ich wollte doch Ground Pounden. Versuch 2. Oh, das ist bist du Bug. Habe ich mich erschrocken. Ähm, ja. Deck der Soldat. Nein! Freunde, helft mir. Das ist übrigens genau. Man stirbt jetzt nicht mehr. Jetzt zählt jetzt auch mal wenigstens. Man fällt jetzt so auf dem Boden, so Last Stand mäßig. Aber es ist ja wie gesagt Kampagne. Das wird halt und give a fuck. Ähm, und dann hilft einem das Team so cool. Ähm. Ja, wenn alle drauf gehen. Oder man, die einem nicht mehr helfen können in der Zeit. In einem Stipp. Trotzdem wird trotzdem zum Checkman zurückgesetzt. Das heißt, das passiert auch. Also es ist nicht so, dass nie alle sterben oder so. Vor allem wenn man nur KI-Kameraden hat. Das werdet ihr bestimmt dann auch noch sehen. Ähm, da geht einfach mal viel schief. Halsey und Mdama sind irgendwo in dieser Stuttgart. Ja, Freunde sollten uns auf dem Weg bringen. Wir machen das richtig. Wir bringen unser Target nach Hause und enden das Covenant in einem Weg. Ja, wenn das mal so klappen würde, Locke, ne? Mhm. Ja, ich muss einen Druck auf Mdama's Anwalt haben, als die Prometheans ihn aufgewandert. Er hat viele Followern gewonnen, sich als Vorwanderer-Prophet. Jule Mdama ist ein Opportunist, nicht ein Lied. Es war nur ein Wichtiges, bis seine Version des Covenant begann zu verbreiten. Ich kann den Verbreiten etwas schneller, wenn du mich fragen würdest. Wir sind nahe nach Halsey's Position. Ja, stimmt schon. Hier ist noch ein Datapad. Ich werde natürlich immer versuchen, mich umzusehen und so ein Datapad zu finden und Easter Eggs und alles, aber... ...eine ist komplett neu. Die andere durch das System veröffentlichte, dass es ein ähnliches Design zu einem älteren Sangheili-Symbol. Dieses Symbol bezeichnet als ein Dämon, der im Grunde und nicht wohnen muss. Wie das mit diesem Signal verhält, bin ich nicht sicher. Ich werde einfach... Ich habe mir generell ziemlich wenig gegeben. Das heißt, nach der zweiten Mission ist es wirklich pure, pure Blind. Oh Gott. Freunde, weils ist es. Oh Gott. Okay. Mal sollen sich ein bisschen verändern. Fuck. Oh Gott, das sind voll viele. Oh, da ist noch eine Elite. Hallo. Gut, das hat sich dann auch erledigt. Gut, ihr haltet ja ein bisschen was aus. Da muss man ja schon mal sagen. Ich kann gerade sagen, warum stimmt der Crowler nicht. Ich hole erstmal das Kleinzeug weg. Ihr könnt ja schon mal... Da geht es jetzt so. just onefeld Oh, wo kommt denn... Stört! Und messer doch. Oh, doch. Dun am two extreme, nie ein GG, dem? Oh, was ist denn schon wieder los? Der Crowler ja. Wie ist denn da los? Die verlieren jetzt quasi so ihre, finde ich, immer noch Käfer-mäßige Panzerung auf dem Rücken und dann wird es so, wenn man so ein Schwachpunkt wäre, freigelegt. Finde ich eigentlich ganz cool. Das ist eine sehr coole Designentscheidung. Das wäre aber vorher auch nicht bekannt gewesen. Habe es dann gestern noch im Erstaun festgestellt, als ich hier das erste Mal an der Stelle war. So richtig, wow, dass der Surfers würde ich da wieder einfallen lassen. Okay, genau hier, schütze. Oder ich assassinate ihn. Very nice. So, Freunde, let's go. Ich habe gleich einen Light Rifle hier. Okay, Area is clear, hier gibt es doch bestimmt irgendwo. Oh, dann Karabiner. Sehr cool. Was ist hier? Hier ist noch mehr Karabiner. Okay. Ja, Light Rifle. Ne, wir haben genug Light Rifle gespielt. Wir spielen von Karabiner. Okay, let's go, Freunde. Wann sie? Catherine? Was ist das Problem? Hm, es gibt mehrere. Würdest du gerne über die feineren Punkte der kassischen Reconciliation? More human sarcasm. So you have learned something from me, Julian? You claim to be able to access- And I can. However, I did not claim to be able to access it instantaneously. The reason which is not so important, there is no time to dinner. You will also afford me to respect the fitting of the Didac's hand. Seems your fingers are an open rebellion hand. Enough! Hey, good looking. Assume your work. Eyes on target. This location does not serve my needs. When she makes another transmission, I must triangulate- The third location does not serve my needs. And I will not measure the minimum to move the forbid- At least the minimum to move the body. So you can, I can't do it. You can just do it. How on youründer will be able to help you? Am I to unlock my needs? You can't do it. Oh my goodness! You can't do it. Ähm, wenn das nicht mal ne epische Cutscene war, vor allem Lock tötet man einfach Julem Dahmer, so, okay, well fuck. Infinity Flagship Unisie Lady, you are clear to land in Docking Bay 11. Captain Lasky, I sent you my position three weeks ago, I told you this was happening. We'll discuss that in private, Doctor. Palmer. What has she done? How far has it already gone? Good work, Osiris. What do you think that's about? John! Chief! Yeah! I haven't seen Chief press himself like this since we were in boot camp. He's fine, Fred. This many missions non-stop isn't fine. Sierra 117 to Infinity. Blue team has located Argent Moon. Signs of hostile activity. But she's still here. Copy that, 117. Eliminate all hostiles. Secure Argent Moon. You may deploy when ready. Affirmative Infinity. 117 out. You good? Thanks, Kelly. Everyone ready? Affirmative. You good? Blue team. Fallout. Of course. The pin was hurt. The pin has hurt. Throw the on-goi out the airlock! Oh yeah, looting. Haltbreach contained. Looting. Pressurization of affected areas completed. What do we know about Argent Moon? Oni Research Station. One dark 19 months ago. Last week Kigyar Scavengers found it and sold the find to Julem Damas people. We clear the covenant and return this station to Oni. Fastest route to retrieval is to sea central control. Eliminate Hostiles between here and there and deactivate gravity and life support systems. Ship data center is just ahead. We can pull down Argent Moon schematics there. Okay, cool. Gut, ich muss jetzt mal kurz die Aufnahme checken, damit auch nichts schief geht. Kleiner Cut. Okay. Ich war kurz unten, um das Objektiv zu locaten. Aber voll cool, wir sind Blue Team. Leute, das ist Fred und Linda und Kelly. Hey, äh, ja. Also bekannt aus Fall of Reach. Dem besten Halo Buch bisher, finde ich. Einfach irgendwie, keine Ahnung. Ah, herrlich. Und auch jetzt die Animated Series habe ich gestern schon mal so ein bisschen reingeschaut. Sau cool. Okay, aber wir, wir sichern jetzt mal Arjun Moon. Mein Gott. Ist das krass. Wahnsinn. Und Chief. Ah, er fühlt sich so gut an, endlich wieder Chief zu sein. Ah, I've missed it. Oh, was habt ihr denn hier gemacht? Hallo. Okay. Ist das so still hier? Ich hätte mehr Covenant erwartet. Ich nehme mir die Shotgun hier doch mal mit. Ja, wir machen es lieber so. Okay. Oh, diese Stille. Wahnsinn. Dieses Knacken von irgendwelchen. Oh. Okay. Interessant. Ja, so geforscht. Aber warum so weit außerhalb? So geheim gehalten werden. Oh. Station Lock. Sehr cool. Das ist Rooker, Schiff AI, Argent Moon. Recording this as a warning to any ONI personnel who try to reclaim Argent Moon. Her air is not safe for humans to breathe. I repeat, her air is unsafe. Ja gut, wir haben ja Spartan-Helme, ne? Also, das ist ja kein Problem. Wir können die überladen. Mit unserem Miohlen hier, Kampfpanzer. Genau, wir haben dieses Special-Ding, was Lock hat nicht. Aber wir können halt unser Objektiv einfach so locaten. Aber wir können es nicht scannen nach Munitionskisten, bla bla. Hints, etc. Oh, was ist hier? For two years? Apparently. How's an asset this big go missing for that long? Its location was not consistent with expected drift patterns.